...Metzgerladen spielen, wie die coolen Kinder. Und dann Verkaufsladen mit den kleinen Dummen. Na, wie geht's heute an diesem schönen Tag? Haha, wie witzig. Okay, ich besorge noch die Dinge, die wir brauchen. Ich bin in drei Schritten wieder da. Okay, dann bis später, Sheila. Kannst du uns jetzt auch was zu essen geben? Ich sehe es so aus. Wir haben Hunger und Durst. Ich auch. Es bringt doch nichts, ihn weiter zu bitten. Das hat die Kleine ja recht. Dann wird man so ein Arschloch. Mit einer sehr verkorksten Kindheit, oder? Sieh so. Puh, wir brummt der Scheer. Das hat doch auch viel nach oben. Hey Leute, schaut hier mal. Das ist schlecht. Das Messer. Hey, er hat eigentlich schlafen. Wie cool ist das denn? Wie kommen wir aus? Hallo, getränke dir von Leuten. Hallo Hefe. Hallo Hefe. Bitte bitte bitte. Ich helfe dir aus. Hey, wir sind gefreut. Herr Meister, niemand schreibt dir. Du. Warum stehst du nur da? Jetzt hilf uns. Bitte, bitte, das ist ein Mörder. Nein, das ist ein Mörder. Bitte. Bitte, bitte, nimm das Mörder runter. Ist das unsere letzte Rettung? Bitte. Bitte. Bitte beeil dich bitte. Schnell. Schnell bevor er aufmerkt. Hier wird zurück passieren. Bitte. Hilf uns. Scheiße. Ich hoffe, wir kommen da raus. Gott sei Dank. Schneller. Ja. Hallo? Ja. Oh, Schönen. Oh, Schönen. Oh, Schönen. Oh, Schönen. Oh, Schönen. Oh, Schönen. Nein. Hey, was ist das mit meinen Getränken? Schönen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fuck, jetzt sind sie alle weg. Na wartet, ich krieg euch noch! Hey! Wo soll's denn hingehen? Alle in die Zeichenstraße. Nein, bitte, bis zur nächsten Polizeistation. Aber schnell! Scheiße, wir haben den Lieferanten vergessen. Was machen wir jetzt? Ich hab's mit Lieferanten. Hauptsache, wir sind befreit. Wenn sie bloß wissen, was uns passiert ist in der letzten Nacht, das ist einfach unglaublich. Gott sei denn, wir würden von einem Psychopathen festgehalten. Ja, aber Gott sei denn, konnten wir uns befreien. Jep. Aber das Spiel geht weiter. Okay, die Oma ist zu Hause. Okay, vielen Dank. Das Spiel geht weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020